Das ist das rote Vorwerk. Und das auch. Hier ist das rote Vorwerk. Da ist das rote Vorwerk. Okay, das nicht. Das auch nicht. Und das erst recht nicht. Das ist der Bahnhof. Ist aber nicht so weit weg vom Vorwerk. Das ist wieder das rote Vorwerk. Da ist der Wildpark. Da kommt das Wild her. Das ist kein Mini-Golfplatz. Das ist für den Sport im Vorwerk. Das ist Wellness im Vorwerk. Und das war mal das Vorwerk. Da gab es einen alten Markt mit einem neuen Brunnen. Das ist über 600 Jahre her. Und so sah es mal von oben aus. Und so unten. Und so bei Nacht. Wer macht denn hier das Licht aus? Und so am Tag. Und so früher. Das ist unser wilder Wein. Nein, das nicht. Das ist unser wilder Wein. Und der wächst sogar am roten Vorwerk. Das Vorwerk hatte mal ein Wagenmuseum. Das war im Jahr 2000. Das sind hier die Leute, die um 1900 wohnten. Das waren ganz schön viele. Vielleicht sahen die nett aus. Und der Klosteraufseher kam oft ins Schwitzen. Das Vorwerk hat viel Raum für Altes und für Neues. Und allgemein viel Raum. Zum Beispiel für dich und deinen grünen Daumen mit deinen Träumen. Das ist nicht dein Daumen. Ah, sorry. Und was immer ihr auch so in Planung habt. Nebenan ist die Schule. Und mit diesem romantischen Sonnenuntergang sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Filmes. Und hier kommt noch einmal der Name. Das rote Vorwerk freut sich auf dich. das rote Vorwerk freut sich ca. Und bis auf dich in der Mitte. von home aus ein gew Trainings. Und jetzt